Was geht ab, meine XRP-Freunde? Es ist Freitag und somit wieder Zeit für eine XRP bzw. Ripple-Chart-Analyse. Ja, jede Woche oder einmal in der Woche schauen wir uns den XRP-Chart etwas genauer an, wie es weitergeht, was es eventuell für neue News gibt. Das werden wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten auf jeden Fall mal anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges auch zu XRP, dann kommt da gerne rein. Einen Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt mit XRP und zwar haben wir einen deutlichen Abverkauf gesehen. Wir haben ja letzte Woche schon hier oben drüber gesprochen, wo wir hier die 43 US-Dollar-Cent geknackt haben. Downside-Potenzial ist momentan höher und momentan stimmt die Richtung auch. Wir haben darüber gesprochen, okay, Golden Pocket hier die 0,35 US-Dollar-Cent wäre so das nächste Ziel. Und gestern gab es ein bisschen Aufruhr in der XRP-Community. Und zwar auch bei mir. Es gab ja gestern so ein bisschen Gerüchte, okay, SEC könnte sich möglicherweise dazu äußern, ob, sag ich mal jetzt, Ripple die Entscheidung endlich fällig ist. War leider nicht so. Auch die Jungs von XRP Deutschland, wo ich auch echt nur empfehlen kann, also schaut da gerne. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat und XRP-Fan ist, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei bei den Jungs. Haben auch darüber berichtet. Fox-Journalist sagt, SEC wird morgen etwas Großes ankündigen. Wird es Ripple Settlement sein? War es leider nicht. Leider, es war was gegen Kraken. Aber gut, es hat den Kurs aber auch nicht wirklich vorher beeinflusst, muss man auch dazu sagen. Also jetzt auf der Daily-Cent, klar, wir hatten nochmal so diesen kleinen Wig in Richtung 0,40 US-Dollar-Cent. Aber das war es dann auch schon wieder, nachdem dann bekannt wurde, okay, es ging um Kraken. Deswegen ist der Kurs dann doch mal wieder ein bisschen deutlicher abgefallen, aber das haben wir am gesamten Kryptomarkt gesehen. Deswegen hat sich an der Struktur an sich oder an meiner Meinung momentan zumindest wenig verändert. Auf dem Daily-Time-Frame könnte uns das bearische Szenario noch drohen, dass wir hier in dem Bereich der 0,39, 0,38 nochmal so einen kleinen Retest eben in dieser Region sehen. Einfach um wieder ein tieferes Hoch zu bilden und dann hier wirklich diesen Abverkauf in unser Golden Pocket reinzubekommen. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz auf dem 4-Stunden-Chart an, wie es da eben aussieht. Da sieht man nochmal, okay, wo dann eben diese News bekannt wurden gestern nochmal, ging es da nochmal hier ein bisschen hoch eben mit diesem Wig. Wir haben aber auch, und da muss man auch wieder charttechnisch dazu sagen, einfach nur die Ineffizienz, die hier oben lag, auf den Dollar perfekt abgeholt. Das heißt, dieser Abverkauf wurde mit Volumen gefüllt und danach ging es dann auch leider, muss man sagen, wieder runter. Wir haben auch auf Schlusskurs auf den 4-Stunden-Candles zwar dieses Hoch rausgenommen, aber Schlusskurs war da drunter. Das heißt, wir hatten auch hier wieder kein höheres Hoch gebildet. Die Abwärtsstruktur ist momentan die, die zählt. Aber aufgrund von Abverkäufen ergeben sich natürlich auch wieder neue Ineffizienzen, muss man auch dazu sagen. Das sehen wir dann hier in diesem Bereich, die 0,39, 0,35, wo wir gerade am Anfang des Videos drüber gesprochen haben. Wäre für mich jetzt so dieser nächste Bereich, den es anzulaufen gilt. Wir ziehen uns auch hier mal ganz kurz das FIP-Level, würde dann auch sehr, sehr gut hier in diesem Bereich eben passen, wo das Golden Pocket auf uns wartet, die 4-Stunden-Supply-Zone. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir kurzfristig jetzt nochmal dieses Level anlaufen, um wieder ein tieferes Hoch zu bilden und dann wirklich einen größeren Abverkauf sehen. Da haben wir auch heute früh im Bitcoin-Update darüber gesprochen, dass das momentan eher so das wahrscheinlichste Szenario ist. Viele Abverkäufe überall ergeben natürlich auch viele Ineffizienzen und viele Voids. Die möchte meistens der Market Maker nochmal kurz mit Liquidität füllen. Deswegen nochmal hoch. Sollten wir hier oben rejected werden, stelle ich mich auf jeden Fall erstmal mal short an. Zumindest bis hier runter, bis zu diesem WIG bei 0,37 wäre das erste Ziel, einfach um die Liquidität hier unten auch zu füllen. Da lohnt sich immer noch ein bisschen der Blick in die ganz, ganz kleinen Timeframes. Heißt, 1-Stunden-Timeframe, wie sieht es hier aus. Da seht ihr auch, okay, Ineffizienz, 1-Stunden-Chart passt perfekt mit dem Golden Pocket. Das heißt, unser Plan kurzfristig 0,39,55, dort ist das Golden Pocket. Wer möchte vielleicht auch ein bisschen minimal eher rein. Vom Risk-Verhältnis schauen wir uns das auch mal an. Über 0,786 muss der Stop-Loss auf jeden Fall liegen. Dann landen wir hier bei 2,5%. Ist noch im Rahmen. Eventuell stelle ich das Setup dann nochmal in der Telegram-Gruppe nochmal ein bisschen um, dass wir hier deutlich, deutlich weniger Risk haben für den potenziellen Short. Aber es gilt auch, Limit-Orders sind weiterhin tabu, meines Erachtens nach. Wir müssen uns die Struktur im 15-Minuten-Chart, 1-Stunden-Chart zu der Gegebenheit dann anpassen. Passt dann das Volumen und alles, dann können wir in den Short rein. Deswegen weiterhin Limit-Orders für mich persönlich erst einmal tabu. Also da braucht ihr nicht drauf warten. Ich gebe da relativ spontan Bescheid. Sollten wir dann hier oben rejected werden. Ziel, wie gesagt, hier unten dieses Volumen, dieser Wig, wo ordentlich Volumen reingekommen ist. Also den würde ich nicht unterschätzen. Und danach wäre das nächste Ziel hier unten bei den 0,3650. Also für mich persönlich kurzfristig XRP leider überhaupt nicht bullisch, muss man auch dazu sagen. Würde euch gerne was Besseres sagen, aber das Marktumfeld gibt es einfach nicht hin. Aber es gibt immer noch so ein bisschen Gerüchte. Habe ich auch gestern, wer mir auf Telegram folgt, beziehungsweise wer den XRP Bros oder XRP Deutschland natürlich auch auf Telegram folgt. Wo haben wir denn jetzt die Gruppe? Wo haben wir die Gruppe? Aber hier gab es auch gestern hier schon mal so ein bisschen Rumor, dass da nächste Woche wieder was angekündigt werden sollte. Also wenn ihr auch Bock auf Updates habt, gerne bei XRP Deutschland vorbeigucken. Also es kann auch sein, dass nächste Woche dann wieder deutlich, deutlich mehr Bewegung reinkommt. Bullische Bewegung, dass die SEC dann doch sagt, okay, Ripple Settlement doch in greifbarer Nähe. Also die Hoffnung habe ich persönlich auch noch ein bisschen. Kurzfristig, was den Chart anbelangt, sind wir aber eindeutig bearish unterwegs. Solange wie hier kein höheres Hoch mindestens, und da spreche ich hier wirklich von mindestens, über 0,4061 haben. Damit wird die Abwärtsstruktur gebrochen und wir können uns wieder Hoffnung auf steigende Kurse machen. Tut mir leid für dieses bearish-Video da draußen, meine XRP-Freunde, aber ich kann es leider nicht ändern. Der Chart gibt einfach nichts Besseres her momentan. Wenn irgendwelche Setups anstehen, werde ich es dann natürlich in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Ansonsten würde ich sagen, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonnieren natürlich nicht vergessen und wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns, wer XRP verfolgt, nächste Woche wieder. Ansonsten kommt später noch das Steuer-Update-Video für euch. Gerne reinschauen. Und ja, schönes Wochenende. Wir hören uns bis zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.